Der Valancer ist ein Glanzkörperanzug, den wir hauptsächlich benutzen, um den Stoffwechsel anzuregen, um die Lymphe abfließen zu lassen und auch um ein strafferes Hautbild der Oberschenkel zu bekommen. Man braucht ca. 6-10 Behandlungen. Es ist eine sehr angenehme Behandlung, tut überhaupt nicht weh. Es bietet sich auch gut an nach einer Fettabsaugung, um diese freien Fettpölzer hier noch besser abfließen zu lassen oder auch nach einer Venen-OP. Oder selbst wenn man oft sehr müde, schwache Beine hat, wenn man viel stehen muss oder sehr viel Wasseransammlung am Abend oft hat, ist es eine sehr schöne Behandlung, um den Beinen zu helfen, dieses Wasser loszuwerden.